Habt ihr euch schon mal gefragt, warum künstliche Intelligenz so sehr auf Grafikkarten steht? Ich meine, CPUs sind doch eigentlich auch ziemlich cool, oder? In diesem Video werden wir der Frage nachgehen, warum KI die Grafikkarte so liebt und eure CPU in der Ecke sitzt und weint. Lasst uns in die magische Welt der Grafikkarten kurz eintauchen, als Pixel noch quadratisch und 3D-Grafiken nur ein feuchter Traum der Spielindustrie waren. In den frühen Tagen der Computergrafik war es die Aufgabe der CPU, die gesamte Rechenarbeit zu erledigen. Aber wie jeder gute Bodybuilder weiß, braucht man manchmal einen Trainingspartner und so kam die GPU ins Spiel. Sie entlastete die CPU, indem sie sich auf das Rendern von 2D und später 3D-Grafiken konzentrierte. Die CPU konnte sich also wieder auf das konzentrieren, was sie am besten konnte. Eine komplizierte Berechnung und natürlich das Schmieden von Plänen zur Weltherrschaft. Ähm, ich meine natürlich das Ausführen von Programmen und Anwendungen. Währenddessen entwickelten sich aber auch die KI-Modelle weiter. In den 80er und 90er Jahren experimentierten Forschern mit den ersten neuronalen Netzen, die vom menschlichen Gehirn inspiriert waren. Diese frühen KI-Modelle waren zwar süß und putzig, aber im Vergleich zu den heutigen Deep Learning Modellen eher Neandertaler. Mit der Einführung von Deep Learning, also tiefen neuronalen Netzen, mit vielen Hunderten bis hin zu Millionen oder aktuell Milliarden Parametern, änderte sich jedoch das Spiel grundlegend. Plötzlich waren KI-Modelle in der Lage, komplexe Muster in riesigen Datenmengen zu erkennen und das sogar besser als ein Mensch. Wir alle wissen, dass Daten das Lieblingswort eines jeden Informatikers ist und so wurde der Aufstieg der KI unaufhaltsam. Doch wie genau kam es zu dieser Liaison zwischen KI und Grafikkarten? Nun, es stellte sich heraus, dass parallele Rechenleistung von GPUs perfekt für diese Berechnung in neuronalen Netzen geeignet war. Und dann kam Nvidia mit der bahnbrechenden CUDA-Architektur um die Ecke, die den KI-Forschern auch noch ermöglichte, ihre Berechnungen eben auf den GPUs auszuführen. Diese neue Ära der GPU-basierten Berechnung führte zu einer beispiellosen Leistungsexplosion, kann man anders gar nicht sagen. Ganz so, als hätte man plötzlich irgendwie den Nitro-Knopf in einem Rennspiel gefunden. Die Ergebnisse? Bessere KI-Modelle, eine schnellere Forschung und eine Menge glücklicher Wissenschaftler, die einfach ihre CPUs endlich mal in Ruhe lassen und sich auf die Grafikkarte verlassen. Liebe Informatiker, es ist Zeit, dass wir uns ein wenig in die Details vertiefen, um herauszufinden, warum unsere geliebten GPUs den CPUs den Rang ablaufen. Ich weiß, ich weiß, manche von euch sind vielleicht Team CPU, aber keine Sorge, wir werden hier fair bleiben, zumindest bis zum Ende des Kapitels. Beginnen wir mit der Architektur. CPUs sind ziemlich genial, aber eben nur dann, wenn es darum geht, komplexe Anweisungen und Abläufe zu verarbeiten. Sie sind quasi ein Schweizer Taschenmesser. Sie können viele unterschiedliche Dinge, aber halt nichts davon wirklich perfekt. GPUs hingegen sind eher wie eine Armee von Spezialisten, die auf einer Sache ganz besonders gut sind. Parallele Verarbeitung. Und wie wir alle wissen, liebt KI nichts mehr als Parallelität oder gleichzeitige Verarbeitung. Einfach gesagt, CPUs haben weniger, aber dafür leistungsfähigere Kerne, während GPUs über Tausende, aber dafür eher schwächere Kerne verfügen. Und das ist genau der Punkt. KI-Anwendungen wie neuronale Netze bestehen aus massenhaft gleichartigen Berechnungen, die unabhängig voneinander ausgeführt werden können. Beim Training können Gewichte parallel angepasst werden. Beim Ausführen können die einzelnen Ergebnisse der Neuronen gleichzeitig berechnet werden. Bedenkt, dass eine Schicht in einem tiefen neuronalen Netz gerne mal aus tausenden Neuronen besteht, die alle gleichzeitig gefragt werden, was denn ihre Meinung zu einer Eingabe ist. Das ist der Stoff, aus dem Parallelverarbeitungsträume einfach gemacht sind. Aber es kommt sogar noch ein bisschen besser. GPUs sind nicht nur gut darin, viele kleine Berechnungen gleichzeitig durchzuführen, sie sind auch noch schneller dabei. Denn im Gegensatz zu CPUs, die immer darauf bedacht sind, möglichst viele unterschiedliche Aufgaben abzuarbeiten, konzentrieren sich GPUs auf das, was sie am besten können, nämlich Grafik- und KI-Berechnungen. Um besser zu verstehen, warum GPUs in Sachen Parallelisierung überlegen sind, müssen wir uns die Architektur von CPUs und GPUs nochmal ein bisschen genauer ansehen. CPUs arbeiten mit einer MIMD-Architektur, Multiple Instruction, Multiple Data, bei der mehrere Befehle gleichzeitig auf verschiedenen Datensätzen ausgeführt werden können. Das ermöglicht CPUs, eine Vielzahl von Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen zu bewältigen. GPUs hingegen basieren auf einer SIMD-Architektur, Single Instruction, Multiple Data, bei der eben ein einzelner Befehl auf mehreren Datensätzen parallel ausgeführt wird. Diese Architektur eignet sich hervorragend für KI-Anwendungen, da sie die gleichzeitige Verarbeitung von großen Mengen gleichartigen Daten ermöglicht, wie beispielsweise bei der Berechnung von Neuronen in neuronalen Netzen auf ein und demselben Bild oder Text. Du fragst dich jetzt vielleicht, aber warum hat das denn niemand früher gemerkt? Die Antwort ist einfach, weil die Welt noch nicht bereit war, die Wahrheit über die überlegene Parallelverarbeitungsfähigkeit der GPUs zu erkennen. Ähm, naja, also keine Sorge, das ist jetzt aber vorbei. Während CPUs also in ihrem Bürostuhl sitzen und sich durch komplexe Excel-Tabellen quälen, sind GPUs auf der Tanzfläche und jonglieren mit tausenden von Berechnungen gleichzeitig. Aber hey, lasst uns nicht zu sehr auf den CPUs rumtrampeln, wir brauchen sie schließlich noch für unsere Betriebssysteme und all die anderen komplizierten Dinge. Denn am Ende des Tages sind wir alle Team Informatik, oder nicht? Nachdem wir nun aber wissen, warum GPUs die KI-Berechnungen dominieren, zumindest aktuell, ist es an der Zeit, uns mit den Superhelden der GPU-Welt vertraut zu machen. Nämlich nicht den GPU-Cores, sondern den Tensor-Cores. Diese speziellen Recheneinheiten sind in bestimmten GPUs wie zum Beispiel den Nvidia Volta und neueren Architekturen integriert und werden eigens für die Beschleunigung von KI-Anwendungen und Deep Learning entwickelt. Tensor-Cores sind sowas wie das Lieblingskind der Grafikkartenindustrie momentan. Sie bekommen all die Aufmerksamkeit und Ressourcen, die sie brauchen, um wirklich zu glänzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, denn sie sind dafür verantwortlich, dass unsere KI-Anwendungen schneller und effizienter laufen und uns dabei helfen, die Welt zu revolutionieren. Oder zumindest unseren YouTube-Algorithmus. Aber wie machen Tensor-Cores das? Eine ihrer geheimen Waffen ist die Verwendung von Mixed Precision. Das bedeutet, sie können Berechnungen mit unterschiedlichen Genauigkeiten durchführen, um sowohl die Rechengeschwindigkeit als auch die Genauigkeit zu optimieren. Nicht immer sind 64 Bit für einen Float nötig. Manchmal reichen im Zweifel auch einfach weniger. Damit haben sie die perfekte Balance zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit gefunden. Aber es gibt speziell einen Grund, warum Tensor-Cores bei KI-Anwendungen so extrem gut abschneiden, wie sie es tun. Und das ist ihre Fähigkeit, Matrix-Multiplikation effizient zu bewältigen. Diese Operationen sind das essentiellste Glied für neuronale Netze. Die Tensor-Cores vollbringen hier wahre Wunder, indem sie in einem eleganten und präzisen Tanz aus großen Mengen an Matrix-Multiplikation alles gleichzeitig ausführen. Fairerweise wurden Tensor-Cores im Endeffekt genau dafür erschaffen, also um Matrix-Multiplikationen parallel effizient durchzuführen. Matrix-Multiplikationen sind so essentiell für neuronale Netze, weil mit ihnen die Funktion innerhalb der Neuronen einfach ausgewertet wird. Es wird also das Ergebnis berechnet. Und gleichzeitig werden aber auch die Gewichte im Trainingsvorgang aktualisiert. Sie ermöglichen es also, mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu kombinieren. Und damit hätten wir ohne Matrix-Multiplikation im Kern überhaupt keine neuronalen Netze. Doch mit großer Kraft kommt auch großer Datenhunger. Doch warum ist das eigentlich so? Die Antwort liegt in der Speicher-Hierarchie, einer wohlgeordneten Struktur, in der GPUs ihre Daten organisieren. Der GPU-Speicher ist in verschiedene Ebenen unterteilt, von schnellen, aber kleinen Caches bis hin zu großen, aber langsameren Speicherbereichen. Diese Hierarchie ähnelt einer königlichen Familie, kann man sagen, in der die schnellen Caches, die Könige und Königinnen sind, während die langsameren Speicher die niedrigeren Adligen darstellen. Damit die GPU effizient arbeiten kann, muss sie ständig mit Daten gefüttert werden. Das ist, als würde man eine ganze Armee von Arbeitern versorgen, die pausenlos an der Vervollkommnung unserer KI-Modelle arbeiten. Hier kommt die Speicherbandbreite ins Spiel. Sie ist wie die Autobahn, auf der die Daten zu den hungrigen GPUs transportiert werden. Eine hohe Speicherbandbreite bedeutet, dass die GPU schneller auf die benötigten Daten zugreifen kann, was wiederum ihre Leistung bei KI-Anwendung verbessert. Aber warum brauchen wir eigentlich so viel Daten? Das liegt an der Natur der KI-Anwendung selbst. Bei Deep Learning und neuronalen Netzen müssen riesige Datenmengen verarbeitet werden, um die Modelle zu trainieren und Vorhersagen zu treffen. GPUs haben die Fähigkeit, auch die Daten parallel zu verarbeiten und so eben einfach schneller zu Ergebnissen zu kommen. Doch um hier das volle Potenzial ihrer Rechenleistung auszuschöpfen, benötigen sie einfach ständig neue Daten, wie ein Buffet, das eben nie leer wird. Es laufen also permanent Daten von eurer sehr langsamen Festplatte zu eurer Grafikkarte, die sie dann für die Berechnung bereitstellt und das Ergebnis wieder zurückbringt. Ich spare mir an der Stelle die Metapher für das Ergebnis. Wichtig an der Stelle ist aber, nicht selten ist der Transport der Daten auf die Grafikkarte langsamer als die eigentliche Verarbeitung. Und wenn euer Grafikkartenspeicher nicht groß genug ist, habt ihr wirklich gar keinen Spaß mehr an der Nutzung von neuronalen Netzen. Hier gibt es eine Vielzahl an Tricks, wie Daten effizient jongliert werden müssen, damit der Speicher der Grafikkarte möglichst wenig belastet wird. Aber darauf haben eigentlich nur ein paar wenige Wahnsinnige wirklich Lust. Na, wer will ein Tutorial dazu? In der Welt der KI gibt es genau aus diesem Grund eine Vielzahl von Frameworks, die uns ermöglichen, neuronale Netze zu entwickeln und zu trainieren, ohne dass wir uns wie verrückte Wissenschaftler durch kilometerlange Codezeilen quälen müssen. Die sind optimiert und werden immer weiterentwickelt, um neue Features zur Verfügung zu stellen. TensorFlow und PyTorch sind die zwei großen KI-Frameworks, die die Szene derzeit dominieren. Und es ist quasi wie der ewige Kampf zwischen Pepsi und Coca-Cola. Beide bieten GPU-Unterstützung, sodass wir unsere Grafikkarten in vollem Umfang nutzen können, um die schier unendliche Macht der künstlichen Intelligenz zu entfesseln. Ein Vergleich darf gerne an anderer Stelle noch kommen. Doch was wäre eine gute Beziehung ohne ein wenig Unterstützung? Zum Glück gibt es GPU-optimierte Bibliotheken, direkt zum Beispiel von Nvidia, wie CU-DNN und Kublas, die den KI-Frameworks zur Seite stehen und dafür sorgen, dass sie nahtlos mit GPUs zusammenarbeiten können. Diese Bibliotheken sind die KI-Äquivalente von romantischen Beziehungsberatern, die dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft und es keine unnötigen Dramen gibt. Mit ihrer Hilfe können KI-Anwendungen effizient und schnell auf GPUs ausgeführt werden. CU-DNN oder die CUDA Deep Neural Network Bibliothek ist eine Sammlung von GPU-beschleunigten Primitiven für Deep Learning, die alle darauf abzielen, die Leistung eurer neuronalen Netze zu optimieren. Kublas hingegen ist eine GPU-beschleuniger-Version der allseits bekannten BLAS-Bibliothek, Basic Linear Algebra Sub-Programs. Und die ist darauf spezialisiert, lineare Algebra-Operationen wie Matrix-Multiplikationen und Skalarprodukte auf Steroiden auszuführen. Aber warum sollten wir uns mit einer GPU begnügen, wenn wir auch einfach mehrere haben können? Im Zeitalter der Cloud- und Distributed Computing-Technologien können wir die Leistung von mehreren GPUs bündeln, um die KI-Trainingsgeschwindigkeit weiter zu steigern. Das ist so, als würde man mehrere Superhelden in einem epischen Crossover-Verein, um die größte Herausforderung zu meistern. Und leider genauso leidet der Ansatz darunter auch. Durch den Einsatz von Multi-GPU und Distributed Computing-Techniken kann die KI-Leistung noch weiter skaliert werden, als ob sie nicht schon beeindruckend genug wären. Hier genau in die Tiefe zu gehen, würde wahrscheinlich den Rahmen etwas sprengen, deswegen verweise ich auch hier gerne auf die Kommentare, wenn euch das Thema interessiert. Auch wenn GPUs in der KI-Welt eine zentrale Rolle spielen, dürfen wir nicht vergessen, dass sie nicht die einzigen Spieler im Spiel sind. Die Zukunft könnte spezialisierte KI-Hardware wie TPUs, NPUs oder Domain-Specific-Architectures, DSRs hervorbringen. Diese Hardware ist speziell dann für KI-Anwendungen konzipiert und könnte GPUs zum Beispiel den Rang ablaufen, dass wir zwei Karten in unserem System drin haben. Doch keine Sorge, liebe GPUs, liebe GPUs, doch keine Sorge, liebe GPUs, ihr werdet nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden, zumindest nicht so lange, bis die Roboter wirklich die Weltherrschaft übernommen haben. Gleichzeitig entwickeln sich aber auch GPUs ständig weiter. Mit Technologien wie Raytracing und neuen Architekturen betreten wir eine neue Ära der Grafikverarbeitung, die das Potenzial hat, sowohl die KI-Welt als auch die Gaming-Industrie zu revolutionieren. Ich kann mir an der Stelle tatsächlich eine Auftrennung vorstellen. Eine KI-Karte zum Beispiel, eine Raytracing-Karte und eine normale GPU für Rastergrafiken. Das würde zumindest mein Problem lösen, dass ich nie irgendwelche KI-Anwendungen ausführen kann, während ich zocke. Und damit, liebe KI-Enthusiasten, kommen wir zum Ende unserer Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz und Grafikkarten. Obwohl die Zukunft natürlich ungewiss ist, können wir uns sicher sein, dass es in den kommenden Jahren noch viele spannende Entwicklungen und Überraschungen geben wird. Und wer weiß, vielleicht schaffen es CPUs eines Tages, sich aus der Zuschauerrolle zu befreien und wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu treten. Doch bis dahin heißt es, lang lebe die GPU. Sorry, liebe CPUs. Ich hoffe, dass ihr in unserer Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz und Grafikkarten alles genossen habt in diesem Video. Mögen eure GPUs stets leistungsstark sein und eure KI-Anwendungen immer schneller und effizienter werden. Und hiermit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal im Cyberspace.